In dem heutigen Video bespreche ich wieder meine Nasdaq-Prognose für die kommende Woche. Es ist super, super spannend, denn in der nächsten Woche beginnt wieder die Berichtssaison mit den Schwergewichten aus dem Nasdaq. Und dann das Ganze natürlich ganz, ganz kurz vor der US-Präsidentschaftswahl, die am 5. November stattfindet. Wir werden uns auch die Volatilität angucken, wie sich der Wix verhält jetzt in dieser interessanten Zeit. Und dann natürlich auch einen Ausblick geben auf das große Gesamtbild, auf die längere Sichtweise. Also, bleib unbedingt dran bis zum Schluss. Dieses Video ist super, super spannend für alle Investoren, Swing-Trader und natürlich auch für die Day-Trader, die relevanten Levels hier auf den kurzfristigsten Zeitanheiten für den Nasdaq lernen wollen. Du kennst das Spiel, wenn du regelmäßig hier informiert werden möchtest mit meiner Nasdaq-Analyse, dann lass mir gerne ein Like da, abonniere den Kanal und schreib mir auch gerne einen Kommentar unter das Video. Hier die Nasdaq-Analyse. Wir beginnen wie immer mit dem Wochenchart und dort sehen wir im Nasdaq hier das erste Mal seit Langem eine rote Kerze, eine rote Wochenkerze. Diese war aber nur ganz, ganz knapp. Es ist eine Außenkerze geworden. Diese überstieg die Vorwoche unten und oben. Es wurde hier Liquidität geholt an der Ober- und an der Unterseite. Es ist hier quasi eine Range auch auf dem Wochenchart sichtbar. Was haben die anderen Indizes gemacht? Schauen wir uns den S&P 500 an. Der S&P 500, rote Kerze. Es gibt ein COT-Verkaufssignal. Hier, wie erwartet, läuft jetzt die Korrektur in diesem Index nach sechs Wochen hier positive grüne Kerzen und das gleiche natürlich auch im Dow Jones. Dow Jones Index, ebenfalls rote Wochenkerze. Und wir sehen das hier schon. Diese schließt hier am Tief und der Nasdaq zeigt die erste Woche hier wieder einmal Stärke. Die Sektorotation läuft. Es wird jetzt rotiert. Das Geld rotiert letzten Endes von den defensiven Aktien, die hier im Dow Jones überwiegend vertreten sind, zum Nasdaq. Denn der Nasdaq kann hier nahezu plus minus null schließen diese Woche und kann sich hier in dieser Range unter den Allzert-Hochs halten. Das heißt, die Allzert-Hochs, das ist natürlich das nächste Ziel hier im Nasdaq. Und wann wir dieses erreichen werden, das ist hier natürlich die heilige Frage, die es hier zu klären gilt. Nichtsdestotrotz erstmal hier für das große Gesamtbild ist das hier erstmal für mich ein starkes Zeichen, dass hier wieder in die Technologie wird, das Geld fließt, also rein rotiert wird aus den defensiven Aktien des Dow Jones hin in die Wachstumsaktien hier im Nasdaq. Und das haben wir letzte Woche schon gesehen mit den starken Quartalszahlen, die Tesla vorgelegt hat. Nicht nur die Quartalszahlen waren stark, sondern auch der Ausblick für 2025 wurde hier deutlich erhöht. Elon Musk hat hier von 20 bis 30 Prozent mehr Fahrzeugabsätzen gesprochen, die er für das nächste Jahr erwartet und hat somit die Analystenschätzen deutlich übertroffen. Das Ganze wird eventuell die kommende Woche weitergehen, denn in der nächsten Woche haben wir wieder Earnings. Nächste Woche haben Berichten insgesamt 167 Aktien hier ihre Quartalsberichte in den USA, angefangen mit Waste Management, nicht so relevant, dann am Dienstag vor Börsenschluss Microsoft, Pfizer, American Tower, Paypal, dann am Mittwoch nach Börsenschluss, da geht es jetzt richtig los, Alphabet, also Google und Visa, schon die ersten Schwergewichte hier für den Nasdaq. Wir sehen das hier unten an diesem Balken, der das visualisiert, wie viel Gewichtung dieser Quartalsbericht hier auf die Indizes haben. Und dann natürlich am Mittwoch nach Börsenschluss Microsoft und Facebook, hier die beiden größten Schwergewichte. Am Donnerstag ebenfalls zwei große Schwergewichte Apple und Amazon, hier mit einem vollen Balken Apple, also hier Donnerstag Mittwoch und Donnerstag nach Börsenschluss wird dementsprechend richtig spannend. Das Ganze beginnt schon am Dienstag und ja, wenn man sich diese Aktien einmal anschaut und deren Kursentwicklung, Google hängt deutlich hinterher, deutlich unter den Allzeithochs, Microsoft hat auch noch etwas Potenzial, Facebook hat neue Allzeithochs erreicht in den letzten Wochen, Apple hat neue Allzeithochs erreicht und Amazon ist auch noch etwas hinterher unter den Allzeithochs. Hier gibt es durchaus noch Überraschungspotenzial, denn wenn zum Beispiel Alphabet am Dienstag nach Börsenschluss hier ebenfalls eine Überraschung gelingt oder ein überraschender Ausblick gelingt, ja, auf zum Beispiel Ihren Wachstum Ihrer KI-Sparte und so weiter, also wenn Sie hier mit einem überraschenden Ausblick überzeugen können für das Jahr 2025, dann wird es hier in der Alphabet-Aktie am Dienstagabend, am Mittwoch letztendlich einen Kurssprung nach oben geben und das wird natürlich auch Einfluss haben auf den Nasdaq. Wir gehen jetzt zurück auf den Tagesschart und analysieren den Nasdaq hier und wir sehen in orange immer die Zinsentscheidungen der FED. Das ist natürlich auch noch eine Sache, die hier zwei Tage nach der US-Präsidentschaftswahl am 7. November ist die nächste Zinsentscheidung, wo wieder eine 0,5-prozentige Zinssenkung erwartet wird. Das Ganze für mich ist das hier alles etwas, ja, es kommt hier Schritt für Schritt für Schritt jetzt große Quartalsberichte direkt vor der US-Präsidentschaftswahl, dann am Dienstag die US-Präsidentschaftswahl und dann schon zwei Tage später das FED-Meeting. Das sieht für mich so aus, als wenn hier letzten Endes die FED alles in der Hand haben möchte, falls die Quartalsberichte hier schwach ausfallen, falls es irgendwelche Turbulenzen oder sonstige Unruhen bei der Präsidentschaftswahl gibt, dann kann die FED hier Geldmaßnahmen hier nachsteuern und dementsprechend hier für das richtige Umfeld an den Börsen sorgen. Und natürlich möchte die FED Stabilität hier garantieren und damit steigende Aktienkurse langfristig hier weiter fortsetzen. Wir sehen hier auf dem Tagesschart im Nasdaq schon, dass dieser seit über zwei Wochen sich hier in dieser Range aufhält, zwischen diesen beiden grauen Bereichen, ja, hoch und runter. Es wird Liquidität unten geholt, es wurde am Freitag Liquidität oben geholt. Das Ganze hier ebenfalls, also hier wirklich diese Range, in der wir uns aktuell befinden, zwischen, ja, ich würde mal sagen 20.280 im Future-Markt und 20.600, 20.650. Das ist hier wirklich die Range, in der sich die großen Marktteilnehmer umpositionieren. Das Ganze ist hier letzten Endes mit steigenden Volatilitäten läuft das einher. Die Volatilität auch am Mittwoch, Donnerstag und Freitag letzte Woche leicht angestiegen. Natürlich im Zuge der US-Präsidentschaftswahl. Und das sehen wir hier auch im WIX, die WIX Futures. Ja, und hier einmal aufgetragen, die letzten Tage, 25. November, 24. November, 23. November, 21. November und der 22. November. Die haben wir also die ganze letzte Woche hier einmal aufgetragen und wir sehen hier einen leichten Anstieg natürlich über die Tage. Also am 25. Oktober haben wir hier eine Volatilität am Tagesschluss von 19,9 in den WIX Futures. Und diese ist immer noch in Backwardation. Seit über einem Monat haben wir hier in den WIX Futures eine Backwardation zwischen ersten und zweiten Kontrakt. Und genau das ist es, was die Märkte hier zurückhält. Die Unsicherheit vor der US-Präsidentschaftswahl und ja, eventuell auch vor dem Zinsentscheid. Allerdings denke ich, ist es hauptsächlich die US-Präsidentschaftswahl, die hier für Unsicherheit sorgt. Das heißt, nächste Woche, Dienstag, dort wird es sehr, sehr spannend. Also nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, Dienstag am 5. November wird es sehr, sehr spannend, wer denn hier US-Präsident wird oder US-Präsidentin wird. Und ja, dann ist es natürlich auch die Frage, wie die Märkte hier darauf reagieren. Ich denke, in jedem Fall werden die Märkte positiv reagieren, egal wer nun das Rennen um das Weiße Haus macht. Die Märkte werden wahrscheinlich positiv reagieren, weil einfach Klarheit herrscht, weil Unsicherheit abgebaut wurde. Und genau das ist es, was letzten Endes die Märkte nicht mögen. Kommen wir jetzt zum detaillierten Ausblick und dafür schauen wir uns den Stundenchart an. Und hier wird es richtig, richtig ungemütlich, denn wir sehen hier letzten Endes in diesem Stundenchart, ja, das ganze Desaster. Der Nasdaq ist einfach nur hoch und runter in die, zwischen diesen ganzen Balken. Es wird Liquidität hier unten geholt, hier oben geholt und da müssen wir jetzt erstmal raus. Die Tesla Earnings, die haben natürlich überzeugt. Wir sind jetzt allerdings wieder hier in der Mitte der Range. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir jetzt hier nochmal Liquidität an der Unterseite holen und dann erst später gegen Mittwoch zum Beispiel nach den Google Earnings Donnerstag, nach den Microsoft Earnings hier wieder steigende Preise sehen werden. Oder ob wir uns tatsächlich noch eine ganze Woche oder anderthalb Wochen in dieser Range hier aufhalten, Liquidität oben und unten holen und wir dann erst im späteren Verlauf nach den US-Präsidentschaftswahlen hier wirklich eine Rallye-Fortsetzung sehen werden im Nasdaq. Das ist letzten Endes hier meine Prognose. Die nächste Woche ist, ja, man weiß es nicht so ganz genau, eher von den Quartalsberichten dominiert. Es ist hier sehr, sehr schwierig, was zu sehen. Es gibt sehr viele Absorptionen, große Marktteilnehmer positionieren sich um, sind sich unsicher. Das ist hier im Kühnel-Delta zu sehen und letzten Endes auch in diesem Chart. Das heißt, als Intraday-Trader sollte man eher die Extreme traden, wenn wir jetzt hier wieder zurück in der Range sind, eher auf der Unterseite hier Long-Position suchen, eventuell hier unten, eventuell noch etwas weiter unten. Die 19.950, also die 20.000er Marke könnte eventuell auf der Unterseite nochmal wieder angesteuert werden, wenn die Earnings verfehlt werden. Ich glaube, dass tatsächlich nicht, dass Google die Earnings verfehlt. Allerdings ist natürlich das hier alles möglich. Ich denke eher, dass wir uns langfristig in einem steigenden Marktumfeld befinden, weiterhin steigendem Marktumfeld. Und der Nasdaq hier natürlich als nächstes Ziel die Allzeithochs hat. Wenn er das natürlich nicht schafft, jetzt im November, dann wird es sehr, sehr kritisch. Aktuell gehe ich noch davon aus, dass wir durch die Quartalsberichte, durch die Geldpolitik hier wieder ein Wachstumsumfeld sehen werden für auch die Technologiewerte. Ich persönlich bin im Nasdaq mit drei verschiedenen Strategien unterwegs. Die erste ist natürlich eine ETF-Strategie. Das ist eine fundamentale, langfristige Investitionsstrategie, wo ich hier voll investiert bin in den S&P 500 ETF und in einen Nasdaq ETF. Als zweites trade ich den Nasdaq auf Swing Trading Basis und dann natürlich als drittes Intraday Trading oder auch jetzt mehr und mehr hingehend zum algorithmischen Trading, wo ich einen Handelsalgorithmus anstelle, wenn die richtige Marktphase da ist und somit letzten Endes den großen Kontext, also die Kontextanalyse, die ich hier präsentiere, dieser Roboter hier letzten Endes umsetzt. All diese drei Strategien funktionieren sehr, sehr gut. Wenn du mehr lernen möchtest und im Trading auf das nächste Level kommen möchtest, dann schau dir gerne meine Webseite an, kontaktiere mich für ein kostenloses Gespräch und wir schauen, ob ich dich im Trading auf das nächste Level bringen kann. Wie immer wünsche ich dir viel Erfolg im Trading. Bleib unbedingt dran. Bis zum nächsten Video.